salam uriki meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem schmacktastischen fahrer auf meinem schmacktastischen kanal was habe ich mit dabei ist was geht halt eine frisse so leute was geht herzlich willkommen heute granny in roblox more blocks weil wir einfach so leute so leute so leute so leute so leute Danke schön! Wer ist? Wir spielen Hallo und Z5! Nein. Do you want to play hide and seek? Nein, hat eine Fresse. Ey, schließt mal hin. Oh, oh. Wie willst du doch jetzt mal fahren? Das Video ist da wahrscheinlich eine Minute. Doch, actually, actually, eine Sekunde, eine Minute, 20 schon. Du kannst du jetzt doch nicht hochlaut. Bruder, juck mich nicht, ich lad hoch. Go, go, mach ja eigentlich, äh, das hier, äh, den Huhn macht go, 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 go. Kann ich diese Kerze nicht mal holen? Gebt doch diese Kerze. Ich will die Ohrbahn zünden. Was? Lass mal fällt nicht da rum, hey. Klingelingeling. Komm, hol der Frischfleisch. Man, Leiter, geh mal. Shake on. Sauerstoff nur bin ich. Eczak, wirklich,�를 de Monsignor haben. Eczak, das ist gut. Dann geht's doch bitte. Ah Allah. Oh, oh, an! Weißt aún nicht! Gibt es dann 하면서. Eczak, komm! Hey. Yann, wo bist du? Yan, wo bist du? Wo bist du rein? Ablew du das? Nein, die ist da oben, die ist da oben, die ist nach oben. Die stand da oben, warum? Oben, 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 oben. Nuhu, Nuhu! Geh mal weg! Ey, die kann von da kommen, ne? Na, guck mal, dann rennen wir einfach hoch, ey. Lass mal hochgehen, Digga, lass mal hochgehen. Wenn die von hinten von der Seite kommt, ne? Wir sind nicht fast gecatcht, Digga. Ey, fast gecatcht, eingelegt. Wadda bitte. Assalamu alaikum. Ey, Hammabruder, kann ich die da mit nageln? Was ist das hier eigentlich? Windegriff? Soll ich jetzt hin? Ey, geh mal weg. Ey, wenn die gleich um die Ecke driftet, ne? Nee. Sie ist drifting apart. Assalamu alaikum. Oha, Mann! Er schreck mich doch, ich konnte auf einmal so zwei Kälte runter. Ey, wo bist du? Ich bin oben. Ey, die ist sie nicht. Ich war grad bei, drum drum, bei AMG von Papa war ich gerade. Ey, ich glaub, die ist gelieft, Bratan, wegen zwei Minuten, zweimal Zeit. Ey, geh mal diese Hand, Bruder. Aber wo bist du? Ich bin grad oben, ich geh jetzt wieder aufbauen. Warte, komm. Wo ist die gefickt? Ey, pack mal da rein. Ja, wow. Ey, da rein da. Bist entkommen. Verdunstet meine Fanta, Digga. Was ist das? Fanta, Bruder, Fanta. Ja, oder Gaswasser oder so. Was? Digga, verdunstet das, Digga. Oder warum geht das so schnell hier runter? Ey, wen ich da reinlaufen, ne? Ja, er ist halt auch... Raktavaya, oder wie das heißt. Ja, er wirft die Pumpgun da. Voll die Pumpgun. Ey, läuft doch da rein, Mann, ne? Ja, Mann, danke schön. So, nächstes Game. Ey, nächste Runde. Direkt hinterher. Morgen ist dieser Wartag, ne? Ey, Bruder, morgen ist dieser Wartag, ne? Mohr, wenn man nicht nimmt, herd Yesterday. Ja, den Crew Motorsport guFF lebt. Kommt mir auch raus. Für ein bisschen, ich muss recommandet werden. Ja, ich weiß doch eh, dass ich... Puls lockdown werde. gegen das eh ihr gradient Ey guck, er ist wieder drinnen. Guck mal auf den Hotel wieder. Eta Mann, ich rasiere euch alle. Ey, wo die Ebenen, da bin ich nicht dran, ich bin keine Ahnung, warte. Lack, Cheytan. Ey, du, du kriegst mich nicht, ey. Ich fick dich, Morrock. Du machst dir nichts. Warte, hör ab, wenn ich deine Arsche in meinen Händen halte, Morrock. Was geht da unten? Was machst du da? Abonnieren. Guck mal, komm mal wieder unten, ciao. Was hast du gesagt? Er hat Laserschwertung. Hast du es nicht gekämpft? Wann kann man so durchplanen? Was soll man auf dem Mann an meine Arten? Äh, öpp, ich dich gebossen. Läger, blech dieses Video ab, Lägerchen. Ach, wirst du so, Gott muss nicht reinschmeißen. Wallah, ich werd das hochladen, ey. Ne, also Lautenschutz, ich will das nicht. Ein Datenschutz, das ist wie Dautenschutz als Maul. Datenschutz will, dass mir die Stimme nicht im Video zu hören hat. Und ich will auch nicht, dass ein Charakter an Rolos gesehen hat. Oder meinst du nicht, dass du damit vielleicht ein paar Videos zu spät kommst? Wann? Gut. Ähm, nein. Ey, wo ist der letzte Sargmann, wo sind die letzten? Äh, also ich find das darf ich nicht. Ne, der eine chillt in, in diesem einen... Ah, der, die sind unten, die sind unten. Ja, der ist grad unten bei dem Auto da in der Nähe. Zwei, also diesen beiden, zwei Leute sind bei den Autos... Assalamualaikum. Film. Jetzt gehen die... Da, wo wir vorhin gewartet haben, jetzt gehen die nach oben. Jetzt chillen die, ja, die gehen immer nach oben. Jetzt sind wir diese Waffe-Ding. Da wo die Waffe ist. Da chillt da, dann sind die, ja, die chillt da jetzt noch alle. Da... Äh, ja, jetzt chillen die da oben, nach oben. Da, wo du mich vom gefällt hast. Ne, jetzt gehen die noch eine Italie nach oben. Ja, die springen hier gleich runter. Ah, äh, ja, du musst einen, einen unter denen. Entschuldigung, aber die, äh, knarzt wurde. Ja, stimmt, den einen kannst du können, der ist gefangen. Hä, ey, was macht ihr jetzt, gäh? Ah, Mann, was macht ihr jetzt? Hä, was macht ihr jetzt? Hä, was macht ihr jetzt? Hä, was macht ihr jetzt? Ja, Mann, Mann. Ja, Mann, Mann, Mann. Ja, der ist ja komplett gehopst, ne? Ich bin nicht durch so einen Lüftungsschacht gegangen. Ja, nein. Die unten wieder. Die sind den Garten. Na, da kommst du? Die sind die ganz unten. Die sind die ganz unten. Also sind die wieder im Keller unten. Oh, ja, ja, die sind unten runter. Jetzt bei dem Auto sind die... Ich hab' beim Auto. Gehen die bei diesem Auto durch die Lüftungsschacht und schillen da ab? Weil die sind da in der Nähe bei der Lüftungsschacht. Ja, ich hab' hier einen bei mir jetzt gerade. Oh, das war dumm, das war dumm. So muss man das halt als Rumi so ehrenlos langsamer. Der töte immer noch beim Auto da in der Nähe. Aber er ist beim Auto. Er hat nen Hammer. Ja, er ist gerade genau beim Auto. Das heißt, du kannst ihn jetzt eigentlich komplett halten. Kommt jetzt halten. Wo ist das andere? Eip. Geh zu dem Auto. Hier, hier sind beide beim Auto. Ja, okay. Okay. Warte, wo ist der andere? Einer lebt noch. Einer lebt noch. Und zwar ist der... Bei diesem Vogel, den man füttern kann. Da ist er. Wie komm' ich da vom Haus aus nochmal rein? Also er schült dann immer noch die ganze Zeit? Nee, nee, nee. Es läuft da aber grad wieder woanders hin. Also jetzt ist er beim Waffenschrank. Er hat die Waffe genommen. Oder will zum Beispiel die Todes. Er hat die Waffe genommen. Er hat jetzt... Äh, hol' ich nicht. Es ist ja weiter nach unten gegangen. Es ist so, dass so viel Wasser ist. Mehr so ne Leiche. Ach so, ja, da komm' ich aber nicht hin. Das ist doch eigentlich schon, oder? Es ist ja bei einem anderen Waffenschacht. Er schickert im Waffenschacht. Vielleicht, er weiß nicht, ob er Leben hat. Ob er sein Leben verliert hat. Geht da so ne Leiter hoch? Ja, jetzt ist er im Garten. Er ist in dieser Hütte. Jetzt ist er in der Garage. Ja, kann sein, dass er runter geht. Aber jetzt geht er wieder nach oben. Er ist dabei dieser Falle, die du gefälscht hast beim Eingang. Jetzt ist er bei dem Bild da, was man runterschneiden kann. Im Garten ist er jetzt wieder. Öh, wie kann er so schnell da sein? Bei der Hütte geht nach unten. Er ist immer noch unten in den Wüftungsschacht. Ja, da komm' ich nicht hin, normalerweise. Jetzt ist er in der Nähe von der Garage. Jetzt geht er wieder weg. Jetzt geht er nach oben wieder. Jetzt geht er da, wo wir von beraten waren. Jetzt ist er wieder bei dem Vogel. Jetzt ist er wieder weg vom Vogel. Das Problem ist, hier spawnen die ganze Zeit neue, Digga. Er ist bei der Waffenkammer. Komm mal gucken, ob... Ne, mal weg, Digga. Jetzt kommt nur noch einer. Jetzt hat er die Waffe. Du musst da, wo du den Typ da gerade gefällt hast. Bei der Waffenkammer da. Da ist er. Jetzt geht er wieder in die Zauber nach unten. Okay, I see you. Jetzt ist er durch seinen Schacht. Ich glaube, ich will ihn durch den Schacht. Jetzt ist er beim Trousin. Also bei der... Jetzt ist er beim Haupteingang. Jetzt ist er wieder unten. Und durch die Nachden. Okay, also jetzt durch die Garage. Ach, stopp er das! Also... Er hat die Waffe weggeworfen. Und er hat die Waffe erst weggeworfen. Du weißt, er hat noch einmal durch den Anwerfen. Ähm... Leute, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo. Du schaut bei Karin vorbei. Und dann würde ich sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Ja, schau mal